Ey... Ich mag den Spawn nicht, der ist komplett offen. Wenn die Gegner entscheiden, hier rüber zu rushen, dann sind die einfach schon direkt da und haben eine Sideline. Während wir bei denen erstmal in diese blöde Höhle müssen. Der Typ ist jetzt niemals da drin eingefroren, oder? Pfff... Ja... Ne... Wenn er mich zieht, dann erstmal, weil... Weil ich... Weil ich den einen gesprawn hab. Äh, ich bin komplett im Gegner Spawn gelandet. Und werde von hinten... Wie kann einer hinter mir spawnen, wenn ich im Gegner spawn reingehe? Endlich, ne ruhige Hand, halleluja. Vielleicht auch noch ein guter Roll. Ja... Wenn das so passiert, dann hasse ich die Aufladezeit von Fusi, aber... Das macht zwei! Wie hast du den unter der Sichtlinie bekommen gerade mit dem Scout, Tim? Der hat... äh... Seinen Kopf rausgehalten. Nein! Der hatte... also... alles, aber nicht den Kopf raus. Ich hab ja auch drauf geschossen. Doch! Ach... Na komm, wir holen uns B. Kleiner Hacker. Ja, klar. Ja, klar, Hacker. Wahrscheinlich nicht. Das ist mit dem 10, aber... Uuuuuhhhh... Fass, die Gegner! Ah! Sehr nice, ich war auch... Lois, eine Pikas am Längen. Na gut, vielleicht bin ich auch am Längen, ich lade gerade ein paar Sachen runter. Nein, nein, das ist mit dem Video eigentlich endlich oben. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Ich hab noch... Benachrichtigung bekommen. Das ist alles mit Stolz und Tour, Teil 10. Neun. Neun, du hast recht. Okay, einer von denen spielt aus mir nicht ersichtlichen Gründen Himmelsbrenner ein. Nein. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, außer... It's super time. Ja, jetzt ist schon wieder ein viel zu offenes Gebiet. Wie soll ich da mit ner Super reinpushen? Der bin ich, Leute. Team-Shotted mich. Sechs Fronten, wo ist mein dritter Kill? Nein! Das hätte... Das hätte meine sieben Todsünden werden können. Warum, Spiel? Warum?! Da hätte einer schlecht spawnen können und ich hätte meine sieben Kills in Folge geschafft. Mehr Siege wie dieser... Ja... Warum, Game? Warum?! Ich weiß nicht, ich beschwere mich erst, wenn ich da nicht reinpushen kann, weil ich geteamshotted werde. Sechs Kills in Folge.